Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Sapauli, 2. Bundesliga 2022-2023, 10. Spieltag, Sapauli gegen RCFC Heidenheim, Ergebnis 0 zu 0. Startelf von Sapauli Startelf von RCFC Heidenheim, Muriach, Maloni, Manika, Siresemain, Frönenbach, Gibil, Tomala, Beck, Beste, Kulvetach, Kleidendienst. Das war's von Sapauli gegen RCFC Heidenheim. 1.10 Uhr 1.10 Uhr 1.10 Uhr 1.10 Uhr